Die Beine in die Hand. Ja, mach ich jetzt auch. Echt jetzt? Wollen wir laufen, oder was? Ah, verdammt, der ist ja schon hier. Ja, ich sag ja, da kommt ein Wotnick. Oh man, das hätte ich eher wissen müssen. Oh fuck. Jetzt bin ich in der Falle. Wer schießt? Hab ihn. Wen? Pass auf, da fährt der Wotnick rum. Wen hast du, Christian? Den, ähm, den Lancer, den was killed by Freezy. Der Wotnick fährt weg, der Wotnick fährt weg. Ah, Lancerden liegt da vorm Hangar, richtig? Ja. Ja, der Wotnick fährt weiterhin. Ich hab ihn aus den Augen verloren. Weiß nicht, ob er jetzt einen Berg hochgefahren ist. Wer schießt? Ich, ich, ich. Ich muss mit Zombies vom Heiz halten. Ich bin am Bluten. Der Wotnick ist hinten, hat hinten gehalten. Der zielt auch in deine Richtung, Freezy. Ich bin schon wieder weg. Oh scheiße, ich blute. Ich hab keine Bandagen. Ich komme. Bist du noch drin? Ich bin im Hangar, ja. In welche Richtung schießt der Wotnick? Ich schieße auf den Wotnick. Ich hab ihn weg, der hat auf Freezy geschossen. Mann, sag mir doch einer, dass die Waffe keinen, äh, die verzieht nicht. Man muss einfach bloß aufs, aufs, aufs Cross drauf halten. Der hat null Ahnung, woher ich schieße. Wo ist der Wotnick jetzt? Der fährt jetzt wieder Richtung Hangars. Okay. Christian, wenn er kommt, Dauerfeuer drauf. Ich hab drei... Da kommt er, da kommt er. Der kommt. Oh. Was ist das? Leute, da kommt noch ein Heli. Ich muss nachladen, ja. Ich auch. Kommt noch ein Heli, oder was? Ja. Ja, da ist ein Mi. Rechts, rechts hinterm Airfield. Weg hier, Leute, weg. Ich glaub zum Auto. Auf mich wird geschossen. Ja, komm, versuch da wegzukommen. Von der anderen Seite am SUV einsteigen, nicht Fahrerseite. Ja. Alles klar, gib Gummi, gib Gummi. Bin drin. Oh, fuck, man. Ich wollte eigentlich die Leiche noch looten. Oh, Mann. Ich kotze mich so an. Ich hätte einen Probeschuss machen sollen. Ich glaub, der Wagen verfolgt uns. Ja. Gut. Der Wotnick ist übrigens schnell. Scheiße, wartet nicht in die Richtung. Da ist unser Auto. Ja, der Wotnick verfolgt dich. Fahr jetzt nach rechts oder links. Ja, versuch ich. Aber hier ist so viel Scheiße. Ich fahr rechts. Okay. Lenk ihn ab von dir. Bist du, kannst du nach hinten gucken? Ich hab den Wagen-Schüssel. Ich darf nicht sterben. Ja, ja. Ich seh ihn nicht. Ich seh auch keinen Rauch. Also außer unseren. Ich glaub, der ist neben mir gehalten. Der hat gesehen, dass hier ein Zombie bei mir ist. Ich hab nämlich nur einen Motor auswirk gehen hören. Rennt zum Wagen und fahr einfach weg. Ich blute. Ja, fahr trotzdem. Können dir gleich Bluttransfusionen jemand anders. Ja. Ja. Oh, ich hab aufgehört zum Punkten. Ja, das ist das Gute. Ja, das hatte ich vorhin auch. Hatte ich vorhin auch schon ein paar Mal hier. Aber das gibt es bei Origins nicht, wa? Ne. Ne. Boah, ich bin grad ein bisschen nervös, Alter. Also schon lange nicht mehr so was gehabt, ey. War schon cool. Ja. Ja, es kotzt mich ehrlich gesagt tierisch an. Ich hätte ihn ohne Probleme kippeln können. Ich wusste, dass die Waffe... Du musst kurz anhalten, Christian. Ja. Wir treffen uns in Berenzino. Am Sägewehr. Können wir machen. Ich hab das Auto auf jeden Fall und bin jetzt weg. Gut. Wir fahren auch weiter. Mann, kotzt mich das an. Ich hab die falsche Waffe dabei gehabt. Ne, ich hab... Ich hätte vorher mal schießen sollen. Weil ich hab geschossen, ähm... So wie man halt mit der DMR... Ich... Ich hör etwas. Ja. Mit den Punkten. Aber die... Ich nicht. Egal wie weit... Tino, halt doch mal in die Schnauze. Und zwar folgt was. Nicht, dass du mich jetzt hörst. Soll ich mal Outmoto ausmachen? Ne, jetzt hör ich das nicht. Ich hab es so schon ganz schwach gehört, aber... Es war, ähm... Links hinter uns. Links hinter euch? Das kann ich durchaus gewesen sein. Na gut. Ich dachte, du wärst gerade ausgefahren. Ne, ich bin gerade ausgefahren. Aber ihr seid ja rechts gefahren. Ach ja. Entschuldigung, hast recht. Ja, wir haben auch ne Kurve gedreht. Ja, ich... Boah. Also wart ihr rechts vor mir, quasi. Also Helis oder so, sehe ich nicht. Uns verfolgt auf jeden Fall schon mal kein Heli, der uns spotten kann. Ja, die Mie da hinten, die hat mir halt... Aber die gehörte, glaube ich, nicht dazu. Ich hab die auch nicht ganz kurz nur gesehen. Ich hab sie aber die ganze Zeit gehört. Mann, das ärgert mich. Sorry. Wie ist das eigentlich hier? Laden sich die Magazine wieder auf, wenn man nicht disconnected? Das weiß ich nicht, glaube nicht. Weiß ich auch nicht. Na ja, einen haben wir wenigstens erwischt. Ja. Habt ihr den Wotnik? Ne, leider nicht. Der Wotnik ist ganz schön übel. Ich hab, nachdem ich gedacht hab, wie die Waffe liegt, hab ich zweimal auf den Reifen geschossen. Ja, ich hab auch die ganze Zeit nur auf die Reifen geschossen, aber ich denke, das Ding wirst du nicht so leicht kaputt kriegen. Ding kann so viel ab. Denk ich auch. Ja gut, das merkst du hier schon, an dem Auto, was ich hab. Hier geht ja auch nichts kaputt, egal wie oft ich hier gegen Bäume fahre. Ja, Buch rauf, wir wurden mit dem R beschossen, mit alles beschossen und Buch gesagt, oh ja, alles noch grün. Ich so, ja, cool, Alter. Das war echt geil, ja. Aber ihr habt's überlebt, Jungs. Oh, alter Schede, ich hab schon richtig Panik gekriegt, ey. Ich bin nicht da, Alter. Weißt du? Wir haben da ein Zeug und wir haben noch 20 Gold. Und diese 30 Meter Kack-Kill. Und wir haben eingekillt, also wir sind als Sieger vom Feld geflüchtet. Definitiv. Die Beine in die Hand genommen. Nur wir sind gleich am Sägewerk. Ich bin auch gleich Berusino. Ich sehe Berusino schon. Meinst du Sägewerk jetzt da hinten, wo der Typ sein Lager hat? Ja, aber wir sind schon ein Stück weiter davon. Ja, ihr müsstet mich gleich hören. Glaub ich zumindest. Ich glaube, ich hab mich hier verguckt gerade. Nee, nee, wir sind schon vorne richtig. Wir sind ein bisschen weiter geradeaus gefahren. Wir sind jetzt hinter den Hangars am Fluss. Am Fluss am See. Den Pointer direkt auf Sägewerk. Das ist jetzt 80 Meter neben mir. Ja, nee, ihr müsstet mich gleich hören oder sehen oder was auch immer. Ich komme jetzt von Norden. Da unten ist ein Schlauchboot. Ja, das habe ich da vorne hingestellt. Oder das habt ihr da vorne hingestellt. Und ein J-Atski. Das habe ich da vorne hingestellt. Ah, sehr gut. Wie sieht es jetzt spritmäßig bei dir aus? Mh, ein Drittel. Okay, wir müssen bald mal tanken. Wir haben eine Jerrycan bei. Hier gibt es doch Auto-Refual, oder? Weiß ich nicht. Ja, doch, stand irgendwo in den, ähm, Dingen, wenn du dich auf den Server einloggst. Schauen wir mal gleich mal die nächste Tanke an. Oder war das auf den anderen Server? Äh, nee, war hier auf den Server. War hier auf den Server, aber ich dachte, zu Bukulim, ich lass mal tanken. Ja, noch nicht. Hier ist ja ein Tank. Nee, nee, ich dachte, TeamSpeak, bei mir ist die Tank hier. Jungs. Ja, 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 ja. Da, der ist hinter uns. Okay. Jo. Ist ja das auch. Äh, wir müssen kurz rechts ran fahren, wenn wir hier raus sind. Ich muss essen. Ja. Wie sieht das, ähm, Blut-Truppentechnisch aus? Ja, also, das sind, ich hab noch mehr jetzt die Hälfte, passt schon. Wollt ja nur vom Zombie-Gehl, ich würde nicht, auf mich hat ja nicht einer geschossen. Ich wusste ja kein Mensch, wo ich bin. Das war eigentlich kacke, aber egal. Halt mal hier kurz rechts ran. Ich glaub, hier fliegt grad die Mie rum, die ihr gemeint habt. Ach, man kann aus Klamotten Band, äh, Bandagen machen? Hm. Ach, man braucht ein Jagdmesser, doch hier, okay. Dann hab ich immer noch keine Bandage. Ich hab welche. Gott, weiter geht's. Ach so, brauchst du jetzt eine Bandage oder nicht? Nee, nee, ich hab ja aufgeregt. Ich hab bloß keine mehr. Ach je, ich bin auch dumm. Ich kann ja sagen, wie viel ich hab. Ich hab noch über 8.000. 9.700. 12.000, bin voll. Wenn ich nicht so viel Auto fahren müsste, wäre ich das auch schon. Kommen wir nicht an meine Bierkiste. Ah, der Wotnik, den hörst du ja gar nicht. Der war echt leise, ohne Witz. Der ist auf jeden Fall leise. Das Ding ist schnell, Alter, kann viel ab. Damit kannst du ganze Häuser einreißen, naja. Weil ich hab halt vorne nicht, ich hab nur die Türen neben mir auf oder zugehen hören. Nee, Motor ausgehen hören und so rum hab ich gehört. Deshalb fand ich halt totiere Schiss, dass ich gleich sterbe auf dem Weg zum Auto. Das war ein Bandage Level 3, oder? Aber ich bin der Meinung, dass dieser Lenzer sogar zu den Spinnern gehört von vorhin. Auto, Auto, Auto. Der hat uns vorbei. Der bremst ab, der bremst ab. Hey, jetzt. Lass aufsteigen, wir müssen ihm helfen. Ich hab ihn gerammt, er ist voll auf mich zugefahren. Er dreht, er dreht. Er dreht? Bin ich. Ja, er fährt auf uns zu. Jetzt dreht er wieder bei. Wapp, du Spacko, Alter. Da ist Brücke hier. Ja, ich seh auch nicht viel. Wo ist er hin? Den nicht mehr. Betroffen hab ich ihn auf jeden Fall. Wollen wir weiterfahren? Ja, lass weiter. Lass uns gar nicht groß damit aufhalten. Nur ich dachte, die verfolgen dich jetzt, deswegen aussteigen. Der hat voll auf mich draufgehalten. Ja, der wusste nicht, dass wir zusammengehören. Deswegen, der wollte dich folgen. Hast du hier irgendwas kaputt? Gelb, grün? Äh, gelb, grün. Gelb, reifen, ach schon. Engine ist gelb und viel ist so ganz klein, gelblich, gelblich. Aber ich hab voll Crash, voll Speed, er mir und er ist vor allem noch 5 Meter zurückgeflogen. Für uns wär das der Tod gewesen. Ja. Können wir gleich mal gucken, ob man hier Autofilie sich führen kann. Aber guck mal einer nach hinten. Am besten der, der nicht fährt. Ja, ich guck immer nach hinten. Und zur Seite und vor uns und links. Ja, kann man. Sehr gut. Wo ist der Mechaniker, der mit dem neuen Reifen dran schraubt? Ja, da verhält's noch was. Um so Pitstop zu fahren. Kommt jetzt ran, ich ja. Komm, 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 komm. Achso, wo fahren wir jetzt eigentlich den Buche abholen? Ja. Ja. Wo ist der Buche jetzt? Immer noch in Draken. Drakon? Ey, was hast du denn gemacht? Wieso? Wieder ausgelockt gleich raus. Ihr seid hier voll in Action, Alter. Du weißt ja, wo's ist, ne? Ja, aber ich will mit der Karre nicht alleine, wenn ich sterbe. Nein, nein, dir komm mit. Ja, ich weiß, wo's ist. Ich brauch mal explodieren. Wir fahren jetzt einfach hier. Ich denk mal, Christian meint nur, du solltest es vorfahren, damit du, falls wieder einer kommt, den ablocken kannst. Ja, der SUV, der explodiert sofort, wenn wir mit voll Karre auf oder gegen fahren. Das war ja auch ein extrem gutes Auto. Das war ein bürger Offside. Ja, diese Militär-Offroad-Karte. Das ist eigentlich auch saugeil. Den hau ich einfach fünf Meter weg. Heli. Ja, Heli rechts von uns. Ich glaub, die haben uns gefunden. Macht nichts. Meinst du das Sinti? Sehst du sie? Nee, ich hör sie nur. Ich hör's nicht. Achte mal drauf, Spreezy. Ah, jetzt seh ich ihn, ja. Hat der Geschütze? Nee, der Horvath auch interessiert sich gar nicht für uns. Nee, die gibt's hier, glaub ich, gar nicht. Wahrscheinlich wieder ein Restart, oder? Finde ich aber auch ganz gut, Epoch braucht das auch. Ja, der eine, ich hab letztes Mal, wo wir am Server zum Spiel gesucht haben, da hab ich mit Einatmen gesprochen. Ich glaub so, und Restarts? Wie sieht das hier so technisch aus? Reicht doch ein Restart, du Idiot. Und so hat er mich fast beleidigt. Ich denk... Nee, er hat geschrieben, dass das für Chandros ganz normal ist. Das stimmt ja auch. Chandros hat ja auch normalerweise nur einen Mistart am Tag. Aber für Epoch wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Na, auf keinen Fall. Funktioniert. Hier ist nach sechs Stunden so ein riesen Deasing, ey. Von einer halben Stunde geschossen. Dreiviertelstunde später umgefallen. Ach, sorry. Ah, ja. Entschuldigung. Meiner lächerlichen Hupe. Was ist hier? Wir sind gleich da. Was stimmt hier? Geht doch was. Mit so'n Kran, oder so? Hier ist das Brauengebiet. Ja, doch. Guck mal. Da bin ich vorhin schon hingelaufen. Da ist nix. Okay. Ist klar. Dann kommen wir weiter. Oh, die Maschine wieder auf. Das ist noch Militärrad da, so ein mobiles. Und hier links ist noch ein Dings. Äh, Militärboot. Sieht auch cool aus. Bewegt sich sogar. Hier ist immer noch da. Ja, steht immer noch da, das Militärboot. Das könnten wir jetzt sogar wegbringen, weil wir haben ne Jerrycan. Nein! Hä? Er ist über ne Ziege gefahren. Oh. Ich fahr auch noch mal drüber. Ja. So, wir sind gleich da. Noch. Minimax. 30 Sekunden. Also wir... Möchte ungern in der Lederhof stehen bleiben. War hier ein Bootyper? Ne. Der war... Da sind wir schon lange vorbei. Wir sind schon wieder an der Südküste. Achso. Na gut. Weil das eben so aussah hier. Ja, du hast doch grad ne Kurve links gefahren. Äh, hier gibt's auch einen. Aber ich glaub das war äh... Kap. Krotoy Kap, oder sowas. Und was wird Kap? Krotoy. Wie gesagt, wenn ihr tanken wollt, hier ist... Hier auf der Insel sind übrigens Baracken, ne? Wir waren schon... Ja, wir waren schon tanken. Brakes. Ah, ja. Ich hätte vielleicht länger warten sollen, weil irgendwie ist mein Tank nicht ganz voll. Keine Ahnung, warum ich schon losgefahren bin. Ist nur halb voll. So, wir sind jetzt da. Wo bist du? Wo bist du? Wir sind an der Hauptstraße. Mann! Drakon ist ganz in der Nähe von Cerno. Ich weiß ja nicht wo du hin geh... Äh, Elektro. Ich weiß ja... Ich bin jetzt ganz vorne. Ich bin hier bei einem Leuchtturm. Okay. Jetzt hör ich euch. Kein Leuchtturm. Doch. Ist sehr warm. Da, hier bin ich. Hier bin ich. Ja hier ist trotzdem kein Leuchtturm. Bleib stehen, bleib stehen. Da, der ist links von dir. Ach da am... Ja, da warst du genau. Auf der anderen Seite vom Wasser. Ja. Bin drin, kann weitergehen. Äh, wollen wir mal nach Rogue Dings fahren? Zur Burg, die hier in der Nähe ist. Ob das als Lager taugen würde? Von mir aus. Buche, ich hab deine Ausrüstung in meinem Rucksack. Ja. Also es kann sein, dass jetzt Quatsch ist. Dass ich hier rausfahre. Aber ich muss mir erstmal den Punkt markieren. Das möchte ich ungern in Meckro machen. Kommen wir hier nicht nochmal an Dings vorbei? An der Tanke? Haha. Ich hab doch gesagt, da war... Mann, halt zum Haul. Du hast nen Tank gesagt, keine Tanke. Ich dachte, das geht bei nem Tank. Das weiß ich nicht. Nee, Tankstelle, soweit ich weiß. Zumindest früher war's, du konntest immer nur an der Tankstelle refuelen. Wenn's die Option gab. Also hier oben, 1200 Meter den Berg hoch. Ach, die kleinen hier. Ja, hier links. Ja, klar. Ah, da fahren wir jetzt nicht hoch. Wir wollen nicht fahren nach außen rum. Ähm, da ist halt ne Burg. Aber die ist eigentlich recht bekannt. Vielleicht hat er noch kein Anlager gebaut. Wahrscheinlich aber schon. Hast du vorhin im Chat da gelesen? Ich bin keine 15 Minuten hier und schon über drei Basen gestolpert. Ja, gut. Ja, gut, das muss ja nix heißen. Der kann ja auch von... Elekterno bis zum Airfield gelaufen sein. Oder Astari oder was weiß ich. Ich ziehe links rein, ja.